Also, willkommen Leute zu dem kleinen Infovideo. Das ist nur ein kleines Infovideo, in dem ihr es bekannt geben möchtet, dass es mein Twitch-Kanal in der Form, wie er bisher war, nicht mal geben wird. Ich spreche es ab jetzt mit meinen Livestreams nur noch auf YouTube Gaming oder eben YouTube machen, weil da einfach die meisten Zugriffshaut haben. Dementsprechend, die regelären Livestreams zu parten von Projekten, also Pogman Ultrasan, Animal Crossing No Leaf, Mario Kart 8 Deluxe und so weiter und so fort, kommen eben nur noch auf YouTube. Allerdings, müsst ihr Twitch auch nicht ganz einstampfen und auch Twitch soll es ab und zu noch gesonderte Livestreams geben, die es dann dafür nicht auf YouTube gibt. Also zum Beispiel, wenn ich bei irgendeinem random Zeugs mit einem Freund streame oder 12 Stunden streamen oder Ähnliches, das Zeugs wird es auf Twitch exklusiv geben. Also auf YouTube werden nur Let's Play Projekte gestreamt, also eben zum Beispiel, wie gesagt, Pogman Ultrasan oder Mario Kart 8 Deluxe und so weiter und so fort. Und auf Twitch wird fort dann eben nur noch ab und zu, selten, aber ab und zu eben live gestreamt und dann eben so random Zeugs, also so, keine Ahnung, ein Kumpel bei mir vorbeikommt, wie kurzfristig und das zu uns ließen, jetzt irgendwie, was ist was, irgendein Mario Kart Part zu machen, der hat nix mit dem Projekt zu tun hat oder zu was Messprost zocken, nichts, was ist meine. Dann kommt dieses Heugs eben auf Twitch. Das ist so der Plan. Und damit ihr es wisst und ab jetzt den, ab allen Livestreams, die ab jetzt kommen, wir haben heute beim Aufnahmedatum am 16.04.2018, 18 Uhr, ich bin gerade von Markiev Orthopäde wiedergekommen, erzähle ich es aber mal anders im Video. Auf jeden Fall, alle jetzt folgenden Streams, auch die heute noch kommen, werden nur noch auf YouTube übertragen, nicht mehr auf Twitch. Trotzdem Leute, bleibt auch Twitch aktiv, folgt mir noch weiterhin, denn ich werde das wohl auch noch Livestreams machen und die dann eben, dafür dann nicht auf YouTube. Aber wie gesagt, Twitch ist nur selten, werde ich es davor auch noch mal gut ankündigen. Nehmenspressent bist beseit, das wollte ich einfach nur sagen und ja, wir sind uns dann beim nächsten Livestream, macht's gut.